Hallo ich bin Shakti. Ich habe dieses Bild hier gemalt in Buddha und dann habe ich dieses Bild auf eine Leinwand drucken lassen zum Gallery Print und dann habe ich diesen Druck noch mal übermalt und zwar partiell an einigen Stellen. Also in der Mitte dieser Goldton, den habe ich so in einer Lasur aufgebracht mit Acrylfarbe, das ist abwaschbar und du siehst, wenn ich mich im Raum bewege, dass das Licht unterschiedlich reflektiert und dadurch kriegt das Bild noch mal eine Tiefe und noch mal eine ganz andere Räumlichkeit, als wenn es nur gedruckt ist. Auch ein paar andere Stellen habe ich noch ganz leicht übermalt, ein paar Glanzreflekte reingepackt, dass das einfach noch mehr lebt.